Wirken der Naturgewalten in Gottes Willen Katastrophe Für den Lebensweg des Menschen gelten immer die Gesetze, die Gott von Anbeginn der Welt als nötig zur geistigen Entwicklung den Wesen gegeben hat. Es wirken oft Kräfte dagegen, diesen aber ist eine unsichtbare Gewalt überlegen. Sie werden immer die Auswirkungen ihres Zuwiderhandelns als nachteilig für sich selbst verspüren und entweder sich umkehren zu gottgewollter Tätigkeit oder im Verharren ihrer Bösartigkeit immer stärker die Macht Gottes zu fühlen bekommen. So ist auch das Wirken der Naturgewalten immer und ewig dem Willen Gottes unterstellt. Denn wäre dies der Gegenmacht preisgegeben, so würde bald alles ein einziges Zerstörungswerk sein, da sich die Gegenkräfte immer nur zerstörend betätigen. Gottes Weisheit und Wille aber der Erhaltung alles Geschaffenen gilt. Wo sich nun die Naturgewalten doch zerstörend äußern, ist auch immer der Wille Gottes tätig. Niemals aber diese Zerstörung eine Zulassung der bösen Kräfte. Es sind dann wohlweislich Gründe vorhanden, die Gott so eingreifen lassen, die aber immer nur einer gewissen Förderung geistiger Wesen oder Entwicklung menschlicher Lebewesen dienen. Auch die Zerstörungen haben ihr Gutes in vielfältigem Sinne. Es werden Naturgeister frei aus unsäglich lang gebundener Form. Es dürfen andere Naturgeister ausgiebig tätig sein und dadurch ihrer Bestimmung nachkommen. Und es werden schlafende Geistwesen aus ihrer Ruhe aufgerüttelt, die allemal einem solchen nur schädlich ist. Dass sich solche Zerstörungen für die Menschheit oft leidensvoll auswirken, ist ebenfalls eine Zulassung von Gott, ein Hinweis auf sein Vorhandensein, den völlig Ungläubigen und ein Probestein für die Gläubigen, deren Kraft und Glaube daran erstarken soll. Denn nur solche außergewöhnliche Erscheinungen, die allemal solche Naturkatastrophen bleiben, sind imstande, den Menschen in einen Zustand des Nachdenkens zu versetzen. Wenn alle Macht der Menschen nicht ausreichend ist, Einhalt zu gebieten und arm und reich, hoch und niedrig ganz gleich, solchen gottgewollten Katastrophen ausgesetzt sind, so bleibt doch in dem einen oder dem anderen die Frage offen, wozu ein solches Strafgericht die Menschen betrifft und wie weit eine göttliche Macht erkennbar ist. Und solche Fragen können zu einer völligen Umwandlung des bisherigen Denkens führen und den Menschen auf den Weg des Erkennens leiten. Jeder Naturkatastrophe gehen kleinere Ereignisse voraus, die dem Menschen solches Denken erleichtern. Und jeder innere Zustand zuvor ist gleichsam eine Vorbereitung auf das danach folgende Erleben. Einmal nur so recht erkennen, dass alle weltliche Macht nicht die kleinste Veränderung schaffen kann bei solchen elementaren Wirkungen der Natur, dass alle diesen ausgeliefert sind, die im Bereich einer Naturkatastrophe sich befinden. Und es müsste der Mensch seine Gedanken nach oben wenden und versuchen, geistige Aufklärung zu erlangen. Doch die Menschheit ist in ihrem Dünkel schon zu weit vorgeschritten. Sie setzt allenfalls noch für solches augenscheinliches Wirken der ewigen Gottheit das Wort Wirken der Naturkräfte und sucht damit alles abzutun, was ihrer geistigen Einstellung nicht behagen will. Sie hält sich für wissend und, was ihr nicht verständlich ist, eben nur für ein in sich selbst begründetes Äußern der Natur, in den seltensten Fällen aber als ein sichtbares Eingreifen eines göttlichen Wesens. Die ihnen zusagendste Erklärung aller Naturerscheinungen ist, dass sich fortentwickeln unter dem Einfluss der Sonnenstrahlen, die wieder ein noch unerforschter Kraftquell sind im Weltall und alles Leben auf der Erde zu Wege bringen. Demnach aber auch die Menschen nichts anderes sind, als durch solche Naturkräfte erweckte Lebewesen, die ihren Anfang und ihr Ende haben, auf dieser Erde. Dass allem im ganzen Weltall ein Wesen vorsteht, das nach weisheitsvollem Plan durch seinen Willen und seine Allmacht ein jedes der Geschöpfe von der kleinsten Kreatur an bis zur Krone der Schöpfung, dem Menschen, auf dieser Erde gestellt hat zu bestimmtem Zweck, das will solchen unwissenden Menschen nicht einleuchten. Sie erkennen kein solches Wesen an und daher sehen sie auch niemals in dem Walten der Naturelemente den sich äußernden Willen Gottes. Die fernstehenden, nicht davon Betroffenen achten gar nicht sonderlich auf solche Katastrophen. Sie führen immer nur ähnliche Fälle an und damit sind solche Ereignisse schnell abgetan. Und Gott muss zu immer offensichtlicheren Mitteln greifen. Er muss solche Katastrophen immer schneller aufeinander folgen lassen und die Menschen in Mitleidenschaft ziehen, sollen diese Erscheinungen von Eindruck sein. Es ist bedauerlich, wie wenig das Leid der Mitmenschen wahres Mitgefühl auslöst und wie gewohnheitsmäßig ein Hinweis von oben aufgenommen wird. Und so werden die Zeichen immer gewaltigerer Ausmaße annehmen müssen, sollen sie die Menschen aus der Ruhe aufrütteln. Erst wenn das eigene Leben in Gefahr ist, legen sie einer Sache Bedeutung bei. Und daher wird noch viel Leid und Angst das Los der Menschen sein müssen. Und es werden Dinge in Erscheinung treten müssen, die den Menschen aufmerken lassen auf einen Willen, dem nicht widerstanden werden kann. Doch selbst ganz außergewöhnliche Naturerscheinungen werden mit der größten Selbstverständlichkeit erklärt und hingenommen werden. Denn die Weltweisen sind sofort bereit, eine ganz natürliche Erklärung für alles den Menschen Unverständliche zu geben. Niemals jedoch wird eine solche Erklärung sich auf das Wirken und Walten und den Willen Gottes beziehen. Über dieses Dünken sie sich erhaben und sind daher in einer völlig irrigen Ansicht, die auch den von ihnen belehrt werdenden Menschen nicht von Nutzen sein kann. So mancher wird noch seine Anschauung ändern und daher auch noch so manches Opfer bringen müssen, bis ihm Volles erkennen wird. Und um dies zu beschleunigen, greift der Herr jetzt öfter denn je ein und rüttelt und schüttelt die Welt, auf das alle, die auf ihr Leben aufmerken sollen und der göttlichen Stimme achten, die ihnen Kunde bringt vom Willen Gottes, von seiner Allmacht und Weisheit. Und wer in diesem Sinne eine jede Naturerscheinung und das stürmische Walten der Elemente betrachtet, wird solche schon als die Stimme Gottes erkennen und sich bemühen, stets das Rechte zu tun vor Gott. Amen. 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 Amen.